hallo und herzlich willkommen bei unserem minecraft together leider mit weniger personen als erwartet mit dabei momentan ist kai hallo und laas ja kam sparte konnte nicht kommen von julian wissen wir nichts keine ahnung der antwort nicht seit ungefähr einer stunde fast zwei stunden schon deswegen machen wir jetzt die erste folge und ihr könnt drauf sollen ich wollte nämlich nicht dass die hier die landschaft schon zerlegen während wie wenn ich hier noch aber ja und wir können anfangen um eine feucht fröhliche jahrgelegenheit hier ja 20 frames wenn ich aufnehme na dann lass es akkomm ich versuch es erst noch die leute müssen doch sehen was für scheiße ich baue ja ich werde immer ein paar rundgänge machen das wird man schon sehen was ist das überhaupt für ein server wie was das für ein server ist der blind game mode ganz normales survival server keine verbindung mehr zu ihnen aber wir hören ihn oh mein gott ich glaube sollte vielleicht gar nicht aufnehmen sonst spackt sein internet noch so ein high-end computer und trotzdem probleme naja ja mit mehr schon peinlich sein sehr gut ich schaue da gleich mal wenn der okay er leftet auf jeden fall schon mal das game in der zeit wo hier noch ja keine versuchten in ein spiel zu kommen und internet und so weiter kann ich immer kurz ein bisschen was erklären wir werden jetzt eine folge machen und denke ich mal damit die anderen halt auch eine chance haben mit dazu zu kommen ja ganzes survival server und wir werden einzelne projekte machen also einzeln bauen so habe ich das auf jeden fall gedacht ein wenig macht so eine richtig geile minecraft wg ja moment lass mich weiter erzählen und erst mal hier ist hier eine geile schlucht deswegen habe ich auch die map hier ausgesucht also nicht zufällig sondern die habe ich mir ausgesucht und wir werden uns an ein großprojekt immer setzen wenn das halt versuchen so schnell wie möglich umzusetzen ja was da gemacht wird kann man natürlich auch gerne in den kommentaren schreiben was man gerne haben will das erste wird wahrscheinlich eine verbindung zwischen den häusern sein wie genau wissen wir noch nicht ja das ganze ist ein bucket server ja hallo ich schau mal eben ob der schon wieder im ts ist dann muss ich den mal so joo ist er user was moved to your channel hallo mein internet war irgendwie weg und dann war der server weg und dann war alles weg und war ich traurig was mit dem ts los der erstmal mein schönes server was ist das jetzt eigentlich für ein server hier ein ganz normaler server also bucket hatte er nicht mehr geantwortet den auf hardcore stellen nein gut am hardcore für den auf hardcore stellen ist so ziemlich las in zehn minuten raus das gefühl dass die 20 frames daran liegen können dass ich so ein mega heftiges hat das könnte natürlich sein wenn du hd texture packs meinst weil es kann nur hd über hd texture packs ja das könnte gut daran liegen aber dazu muss ich den server verlassen nein einfach eine option rein ich hab einen apfel gekriegt cool aber geil was bringen wir das ich werde auf jeden fall jetzt schon mal länger überleben als ihr haha loser sicher weiß ich nicht faszinierend es läuft flüssiger aber ich habe weniger frames kann man sich das vorstellen ähm nein jetzt habe ich natürlich was vergessen zu machen ja um weiter zu erzählen das ist natürlich ein bucket server ähm ich habe hier ein bisschen was installiert hörst du wohl auf okay das ist ein zombie verdammt du meinst mich wo kommt der zombie denn her ist doch hell ist das da vielleicht hast du ja genau das installiert also man hat vielleicht gerade eins gesehen was ich installiert habe das werden die anderen auch noch merken äh deswegen sag ich dazu noch mal noch nichts äh oh mein gott äh also es ist nichts wirklich ähm spielveränderndes also es sind keine neuen blöcke hinzugekommen und so weiter aber es ist was ganz witziges ich hab die kugel auf einem schlag getötet ich hab wirklich angst wieso? furchterregend was denn? komischen platt die bluten jetzt die tiere ich denk schon was droppen die da ey richtig das ist nämlich das erste die bluten mein gott du bist so brutal janosch nein ich find das einfach realistischer ich schlag euch jetzt das hier bluten oh mein gott es blutet den ganzen boden voll und das fällt in eine grube ich hab ich hab irgendeine grube gefunden wo wo schon fackeln sind und wo so ein tor ist äh ja äh da müsste wahrscheinlich da am spawn noch da ist eine riesige schlucht mit ähm einer mine mit einem minenschacht und mit einer festung drin deswegen hab ich auch die karte gewählt weil ich das eigentlich ganz geil finde ähm es wird nacht sollten wir uns hier nicht verbunkern Lars ja ich hab genug holz für uns beide wollen wir uns hier so eine kleine hütte bauen dann können wir auch nachts noch hier abbauen so eine 4x4 hütte wollt ihr euch zusammentun oder was? ja erst mal erste nach und so boah iiiiih in einem Bett in einem Bett ich hab gar keinen Stein ich sollte vielleicht mal ein bisschen Stein abbauen bevor ich hier äh ich seh nix hat jemand Kohle oder wackeln mit uns nein aber ich vielleicht was abbauen aaaah ich seh nix ey du wär der richtig? ähm ja was was gibts noch so zu erzählen äh die Folgen werden montags, mittwochs und freitags kommen hab ich mir so überlegt ich hab ja auch mal ich hab noch was zu sagen wir können ja die die zweite Sicht von Left 4 Dead mal hochladen achso ja das könnte noch ein bisschen dauern doch? aber wenn ich dir die mal vorbeibringe ich verbauge ich grad mein Rohholz alles ey warum machst du das in Rohholz? ich weiß nicht ich hab's von gestern zu wandeln egal mhm stupid boah der ist kleinisch ja äh pfff gibt's noch schönes zu sagen hat irgendwer irgendwas noch zu sagen? irgendwas loszuwerden? irgendwas wichtiges? wollen wir unser Let's Versus ankündigen? äh ist ja noch nicht wirklich besprochene Sache jetzt ne? so ich find das haben wir beiden jetzt beschlossen achso das haben wir mal eben so beschlossen ich hab die Tage da so eine Idee in die Runde geworfen machen so ein Let's Versus da spielen wir ganz viele verschiedene Spiele gegeneinander und der Verlierer oder das Verliererteam bekommt dann immer so eine Bestrafung die wird dann irgendwie hinten dran geschnitten oder so wenn Lars verliert muss er sich irgendwie 5 Minuten Justin Bieber anhören oder sowas da kriegen wir glaube ich Probleme mit der Gamer Quatsch wir schneiden das Stückchen von South Park dahinter das muss er sich angucken ok ja also äh mit Video 5 Minuten lang wie Justin Bieber da das steht und baby 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 ruft baby baby und als Erlösung darfst du dir auch angucken wie er am Ende zeigt und das ist zu brutal für die kleinen Kinder also falls das irgendwann mal zustande kommt wird das wahrscheinlich am Wochenende laufen ähm ja da wird's dann noch eine Ankündigung denk ich mal zu geben stimmt ja ich hatte vor mir hier erstmal ein bisschen Ressourcen zu holen und dann werde ich mich mit Julian eigentlich zusammentun falls der mal irgendwann wieder auftaucht ach und uns lässt du hier im Stich ähm ja ja äh äh mählich wo müssen du gerade? bin hier drin und ich hole uns Ressourcen ich hab schon Eisen ich hole uns jetzt als nächstes Kohle wo drinne? da oben bei den Fackeln oder was? bin in dem Schacht ah ah ich fühl mich hier so ein bisschen wir sind auch in dem Schacht wir sind auch in dem Schacht ach du Huhn kommt runtergeflogen du mal weg hier du willst uns ja im Stich lassen ja aber das ist nicht lücken oh mein Gott nein oh ich bin runtergefallen ja aber das ist nicht unser Schacht sondern unser Schacht Robby hm Rote ganz viele Apple irgendwann aufzubluten ja dauert aber im Moment nicht bis ich vollgehalten bin hm keine Ahnung äh jo was ich noch soeben loswerden muss mein Texture Pack ist das R3D Craft also ein bisschen realistische normale Texturen und ich hab ein HD 64 wie kommen wir hier raus ich bin 16, 32, 64, 128 und 256 Spieler auf 64 weil das sonst immer wieder abscheißt ich hab keine Ahnung ich glaub auf 2 64 glaube ich oh guck mal Julian oh mein Gott oh mein Gott sieh mal einer guck weil er so spät ist und nicht einfach nicht erschienen ist ja hab so viel Ahnung von meinem Crap da los ja, würd ich mal jetzt ne kleine Erklärung haben hier ist ne Tür warum ist hier ne Tür Weil ich jetzt hier hochschwimmen. Ach, ich bleib einfach mal bei dir. Ja, bis da, das seh ich auch. Hier ist ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Ja, natürlich ist das, den wollen wir hier einziehen, Lars. Ich glaub, ich weiß, was du meinst, aber das ist kein Gefängnis, sondern eine Festung. Und da geht's ins Ende. Ja, aber das war ein Gefängnis, das da dran war. Da geht's ins Ende, falls ihr nicht wisst, was das ist, da ist der Enderdrache. In dieser Festung? Hallo Julian. Ja, in der Festung ist ein Portal. Da geht's ins Ende. Oh, wie cool, ich laufe grad durch. Nee, TS. Kann dir mal eben irgendwer... Ja, mal einfach auf Facebook gucken. Ja. Auf Facebook steht's. Nein, der hat sich da noch nicht runtergemacht. Mählich, wo bist du denn? Ich hab hier grad durchs Dunkel, ich sehe grad gar nichts. Ich hab schon wieder Eisen gefunden, ich bin so ein Glückspilz. Da hinhn bist du. Jetzt hab ich mir extra so eine Treppe gebaut hier, ey. Da bist du da hinhn. Schau mal hier die ganzen Fackeln, damit wir was haben. Ja, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, wenn ihr Öfen oder Kisten setzt, werden die für euch gesichert. Das heißt, kein anderer kann die aufmachen, außer ihr. Geil. Ich kann das also auch theoretisch ändern, wenn zum Beispiel zwei Leute eine Kiste benutzen wollen, kann ich das ändern für euch. Mein Holz. Ich fahre das Wasser entlang. Ach ja, ich hab den Inventory Tweaks Mod natürlich drin bei mir und natürlich eine Minimap, damit ich mich zurechtfinde und ein bisschen Ordnung halten kann. Und da höre ich einen Hund. Ähm, ich join gleich mal wieder auf den Server, ne? Was hast denn jetzt? Ich hab vergessen, das über Dingens zu starten, damit ich meine... Über Dingens zu starten, damit er seine... Das hasse ich bei TeamSpeak, dass der immer zu früh abbricht. Ich bin wieder da. Sehr schön. Julan steht hier ein bisschen AFK. Welches TS? TS3, ne? Müsste eigentlich TS3 sein. Ist in der Gruppe, ja. Ist in der Gruppe. Da bin ich. Ja. So, essen. Ich brauch auf jeden Fall essen. Äh, ich sitz hier unten ein bisschen fest. Wenn ich so ausdrücken darf. Äh. hier irgendwer irgendwie rausholen du musst dich irgendwie auch bauen ich habe nur sechs holz klitzenden stein das ist ein problem ja es ist normal wenn man über über minecraft launcher startet und dann ist das bild einfach schwarz dann hast du irgendwas falsch gemacht dann ist die jar kaputt was mache ich dann würde ich mir das einmal forse update machen unter option ich weiß gar nicht ob es da geht jeden fall würde ich einmal das update forsen also damit du eine reine minecraft jar bekommst was wolltest du denn machen wie kann ich die denn beim magic launcher forsen das weiß ich nicht genau das musst du nachgucken muss ich jetzt auch noch mal eben soweit bin ich jetzt nicht gekommen will ich kann es mir gleich steine hochwerfen oder so war ich bestimmt richtig cool er hat wieder gar nichts aber das war ja klar wenn du spielt ja sonst beide mal call of duty oder counterstrike spielen oder battlefield ja eigentlich das ist jetzt was anderes ich sorge für das gewisse minus niveau gut er kann die kisten aufmachen sehr gut ich kann jetzt wieder was sehen was zum teufel machst du ich falle gerade so ein bisschen runter und bin gerade richtig fett am bluten ja es sind noch ein paar plugins installiert die werdet ihr aber noch bemerken aktuell ist minecraft ist 1 5 1 damit kommst du auch schön auf die server hier macht magic launcher dann weiß ich nicht gucken muss vielleicht ein paar mods deaktivieren oder neu runterladen wenn du für alte versionen hast oder so eine fledermaus die gab es aber schon vorher habe ich nicht zu tun ich habe ich nicht zu tun ich habe das von 147 geht die dann nicht die funktioniert dann auch mein gott die federmaus verblutet auch scheiße jetzt hast du die fledermaus verbluten lassen ich bin krank ich bin krank du bist krank ich glaube schon oder bist du vergiftet hühnchenfleisch gegessen naja dann bist du vergiftet warum grösses weil du groß fleisch gegessen hast ich habe die hühnergruppe ja das kann gut sein ich sehe gerade julia macht sich schon auf dem weg nach unten das finde ich sehr gut ich hoffe er bleibt ja kann er mich nicht auf dem weg nach unten abholen wo bist du denn ja hier mit in der schlucht ja warte ich glaube ist jemand ich komme eben zu dir viel spaß beim springen da steht eine kuh kuh rette mich wir spielen ja auch nicht gegeneinander sondern miteinander bist du warum sagt er mir jetzt bei race minimap no mod loader ich bin bald in dem schlucht wo milch auch drin war weil ich hier zusammen drin waren ich bin so dass ich hier runter geknallt bin mädlich nur mod loader ist völlig in ordnung du hast nur mit mod loader glaubt zwei mehr funktionen aber das ist nicht so wichtig bin ich jetzt an der falschen schlucht aber ein bild ich bin da der schlucht wo mein holz hinter steht ich sehe keine holz dann bin ich wohl an der falsche und direkt am sport wieder da haben mit mini steine da sehe ich was 25 kommt ihr da unten raus milch hast du was zum abbauen was ja natürlich ja gut dann muss ich ja nicht helfen warum hast du schon wieder was und ich nicht warte auf mir warte auf mir auf drei hüpfen 123 auf drei drückst du lehrtaste 123 geh einfach runter wir danach ja wieder abbauen haus ein bisschen verschönern wo ist denn julian jetzt der ist gerade hier bei mir aber ich weiß der letztlich wahrscheinlich gerade teams die grunde das schon warum ist im haus wieder nacht es ist einfach dunkle das macht sinn er mit las mit einer idee mit den special zwischendurch da muss ich noch gucken dass ihn plug in kriegt das wo ich mit ich verschiedene welten einbinden kann das heißt dass ich zum beispiel durch hier ein portal gehen kann und dann bin ich in eine adventure map oder was weiß ich das müsste ich dann noch einbringen das gibt es aber das noch nicht geupdatet und ja was ich noch sagen wollte freedom 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 for nobody komm her ich hab ne axt ich hab gleich mein ganzes holz wieder ja und es wird so sein dass wir natürlich nach einer zeit auch in den nether gehen und ja natürlich müssen wir muss jetzt ein sound hinterlegen du 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 nein das mache ich nicht und das werden wir alle zusammen machen das heißt jeder es wird nicht jeder ein portal bauen sondern wir werden eins bauen weil das uns sowieso nichts bringt diese ganze portal baugeschichte wenn man zu nah dran ist und wieder zu weit weg und so weiter das ist mir alles zu durcheinander deswegen machen wir ein portal und gehen da alle zusammen das erste mal rein und machen da so eine erkundungstour zur festung die wir da suchen nicht so wie letztes mal auf meinem server wo ihr einfach alles vernichtet habt das war wir nicht nein eigentlich war das nur kai ja stimmt das war wir nicht so wie letztend 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 das war wir nicht so wie letztend